Heyo Leute, was geht? Mein Name ist Erik und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video. Und zwar geht es in dem Info-Video darum, warum jetzt heute keine Videos mehr gekommen sind, warum sie auch erstmal nicht weiter kommen werden. Ja, das werdet ihr aber alles gleich noch erfahren. Und zwar nach dem Intro. Ja, okay. Also, der erste Grund, warum keine Videos kommen und kommen werden erstmal, auf unbestimmte Zeit. So. Und zwar ist der Grund, dass Moritz und ich zur Zeit nicht so viel Zeit haben. Hört sich geil an, ist es aber nicht, weil keine Zeit zu haben ist ganz schön blöd. Dann fragt er, sagt vielleicht jetzt so der ein oder andere, ja, bisschen Zeit hat man auch immer. Ja, sagen wir, hm, da haben wir teilweise auch andere Sachen zu tun, als Videos zu machen oder wollen es einfach mal ausruhen oder einfach nochmal so irgendwas machen. Das soll immer vorkommen, versteht vielleicht der ein oder andere von euch, der ein oder andere von euch vielleicht nicht. Das tut mir leid, aber dann kann ich mich halt nur entschuldigen. Ähm, der zweite Grund, ähm, und eigentlich auch, ja, auch, hm, wichtiger ist halt zur Zeit noch meine Internetleitung. Ihr wisst vielleicht, oder vielleicht nicht, ich habe zur Zeit nur eine 16.000er mit einem Upload von einem Mbit. Das ist ein bisschen wenig, ne? Ähm, ja, und wenn ich Glück habe, habe ich aber vielleicht in einem Monat, also so Ende, was ist es? Lasst mich kurz gucken. Es ist Ende, wo ist es? Ende April. Vielleicht Ende April, ja, wenn es gut läuft. Äh, eine neue Internetleitung mit 100k, also 100 Mbit. Da habe ich noch mehr Upload, dadurch geht es noch schneller, dann kommen vielleicht auch mal ein paar Livestreams und so, was jetzt zur Zeit leider noch nicht so möglich ist, aber darauf habe ich Bock. Aber das geht halt zur Zeit noch nicht und, ja. Ähm, aber da steht noch in den Sternen, also ich muss wirklich hoffen, dass ich die kriege, weil, ja, da haben halt noch ein paar andere Leute mitzureden. Und, ja, die muss ich halt noch überzeugen. Vielleicht, ja, könnte ich mir dabei helfen, ich weiß ja nicht wie, aber ihr macht das schon vielleicht irgendwie, vielleicht auch nicht. Ich halt war, ähm, ja, das halt, ist halt auch ein zweiter, äh, Grund, warum und weshalb und so, weil das halt zu lange dauert und so. Hä? Jetzt habe ich ganz schön oft und so gesagt, das ist natürlich blöd. Ähm, ja, und das soll es eigentlich auch schon von dem Video sein. Das ist halt nur ein ganz kautes Infovideo, damit ihr vielleicht mal Bescheid wisst, weil ich glaube, das habt ihr jetzt mal irgendwie nach, wie lange kommt es jetzt wieder schon nicht mehr, 1 und 3 Monaten, äh, mal verdient, glaube ich. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, und da wollte ich mich dafür entschuldigen, vielleicht habt ihr Verständnis dafür, vielleicht nicht. Es wären, denke ich mal, auf jeden Fall in nahezu, nein, nahezu vielleicht nicht. Aber es werden noch Videos auf dem Kanal kommen, da braucht ihr, ja, mehr oder weniger keine Angst zu haben. Aber ich kann euch heute noch nicht sagen, wann, weil das noch in den Sternen steht. Ja, okidoki, denn ich bin's, äh, ich bin fürs Erste raus, äh, wir sehen uns dann und ich würde sagen, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss!